Ich kann so ein mittelgrosses Talent im Dessert machen und das grösste Talent bin ich im Dessert essen. Ich kann nicht widerstehen, ein Dessert kumptet mich an und ich eins. Mir gefällt es, wenn jemand das Instrument wahnsinnig gut spielen kann. Also wenn man hinsitzen kann, das Instrument in die Tasten, in die Seite greifen und einfach so das Gefühl von innen nach Hause bringt, die Leute erfreut. Das finde ich etwas vom Schönsten, wenn das jemand schafft. Und da haben wir sicher auch die einen oder anderen dabei.